Grüß Gott und herzlich willkommen im Lampenfieber. Das ist das neue Kellertheater in Bludesch. Aber keine Angst, ich mache es da kein großes Theater, ganz im Gegenteil. Ich möchte euch in der neuen Sendung von RTV von Radlberg Leute vorstellen, die ja nicht so in der Öffentlichkeit stand, aber trotzdem eine sehr spannende Sache zum erzählen haben. Und zwar hinter der Kulissen. Die neue Sendung gibt es am 23. Februar, also schalten die und liegen mit mir hinter die Kulissen.